Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Yellow Quiver. Der Yellow Quiver ist ein sehr schöner Cocktail, der seinen Geschmack aus besonderen Zutaten nimmt. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 1cl Mandarine Napoleon 1cl Wodka 0,5cl Galliano 1cl Ananassaft 0,5cl Zitronensaft 1,2 Eiweiß Spritzer Blue Curaçao Crushed Ice Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Cocktailglas Zubereitung Eis in einen Shaker geben Mandarine Napoleon, Wodka, Galliano, Ananassaft und Zitronensaft dazugeben. Alles gut durchschütteln In ein Cocktailglas abseihen Einen Spritzer Blue Curaçao darüber geben Eiskalt servieren Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!